Dann Leistungsgeprüft, dann hervorragende Fohlenjahrgänge und dann, meine Damen und Herren, aufgepasst, Bundesprämienhengst in München im Jahr 2007. Herzlich Willkommen, Uli Brux mit Arino. Champion, Touch of Glass. Da kommt er rein mit der Scherpe. Herzlich Willkommen, Johannes Maximilian Raab. Und ich glaube vorgestellt wird er von Eva Raab. Das ist der Landesgeländepferde-Champion. Vor zwei Wochen konnte dieser Baller den Titel erringen. Schauen sich diese Galapada an. Der metert richtig. Ganz toll vorgestellt von Eva Raab. Einfach brillant. Tolles Pferd. Spitze. Ja, meine Damen und Herren, ein Baller, ganz smarte Arino. Enorm leistungsbereit, immer wach, immer mit dabei. A Touch of Glass mit Eva Raab. Na, ist das nicht toll? Ganz, ganz großen Dank und großen Respekt. Hier, auf der Abflussrunde, unser Geländepferde-Champion mit Touch of Glass mit Eva Raab. Bundesprämienhengst, Arino und Uli Brux, so wie ihn denn jetzt.